Der Atomausstieg haben den Energiekonzern RWE tief ins Minus gebracht. Das Unternehmen machte im vergangenen Jahr einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro. Der Hauptteil entstand durch Abschreibungen auf konventionelle Kraftwerke. Außerdem muss RWE Milliarden in den staatlichen Atomfonds zahlen. Wie bereits im Jahr zuvor streicht der Konzern die Dividende für die Aktionäre. Die Überschrift der RWE-Pressemitteilung liest sich harmlos. Die tiefroten Zahlen finden sich weiter unten im Text. Ein Minus von 5,7 Milliarden für 2016. Der Konzern äußert sich dazu heute nur schriftlich. Das schwierige Marktumfeld hat außerplanmäßige Wertberichtigungen erforderlich gemacht. Hinzu kommt eine hohe Einmalbelastung aus dem Kernenergiefonds. Neben der Einzahlung in den staatlichen Fonds zur Atommüllentsorgung belastet RWE vor allem die Energiewende. Weil Ökostrom die Preise drückt, muss der Konzern mehr als 4 Milliarden Euro auf seine konventionellen Kraftwerke abschreiben. Die Energiewende ist verschlafen worden. Man hat nicht rechtzeitig diese Konzerne umgesteuert auf erneuerbare Energien. Ja, dann bekommen Unternehmen im marktwirtschaftlichen Ordnung, in der erleben wir nun mal die Quittung dafür. Wie schon im vergangenen Jahr will RWE nun erneut den Stammaktionären die Dividende streichen. Das trifft viele Kommunen an Ruhr und Rhein, traditionelle Anteilseigner des Konzerns. Das Geld von RWE war in ihren Haushalten fest eingeplant. Wir sind enttäuscht, aber nicht völlig überrascht. Und wir freuen uns auf das nächste Jahr. Denn für 2017 hat RWE schon heute eine Ausschüttung von 50 Cent pro Aktie in Aussicht gestellt.